. Ich fand das Training sehr interessant. Ich glaube, es ist extrem intensiv. Und ich habe definitiv gespürt, dass meine Muskeln müde sind. Krafttraining ist extrem wichtig als Ergänzung zu meinem sonstigen Alltag als Fussballerin, weil einerseits mit meiner Verletzungsgeschichte sicher wichtig, dass ich präventiv etwas mache, Muskeln schützen. Mein Körper gibt mir Stabilität und ich sehe es auch aus einem ästhetischen und gesundheitlichen Grund, dass es definitiv etwas sehr Wichtiges ist für mich. Trotz meiner Verletzungen, die ich hatte, ist es ein sehr angenehmes Training. Ich bin auch fit. Ich glaube, es ist etwas, das sinnvoll ist, auch wenn man ganz früh in der Reha ist. Es ist sicher, es ist geführt und man kann trotzdem mit Maximalkraft gehen, die sich wirklich top finden. Ich denke, das klassische Krafttraining ist manchmal, man muss sich selber motivieren. Da hast du jemanden, der dich auch motiviert, der da ist, der dir zuschaut, der dich auch etwas pusht. Und es ist, wie gesagt, geführt. Es ist kurz, aber darum sehr intensiv. Also ich glaube, es ist sicher auch etwas, wo man Zeit sparen kann, sich vielleicht auch den Weg ins Fitness sparen und man kann sehr effektiv trainieren. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.